Hallo, mein Name ist Sina Martin und ich möchte heute das Valentinstagsbärchen 2021 vorstellen. Das Valentinstagsbärchen 2021 ist 15 cm groß und aus wuscheligen, naturweißen Moha gefertigt, das ganz leicht lachsfarben gespitzt ist. Den linken Fuß ziert ein besticktes, rotes Herz als Symbol der Liebe. Freude machen Egal ob für sich selbst, der oder dem Liebsten oder einem lieben Freund, das süße Valentinstagsbärchen ist dafür genau richtig. Die lieben braunen Augen und das freundliche Lächeln sind geradezu zum Dahinschmelzen. Für viele Sammler ist es schon zur jährlichen Tradition geworden. Eine liebe Geste der Zuneigung ist in der heutigen Zeit umso wichtiger und ich freue mich immer sehr zu hören oder zu lesen, wie unsere Teddybären in dieser Zeit Trost spenden. Auch unsere anderen Valentinstagsbärchen finden Sie auf unserer Webseite auf www.martinbären.de Das war das Vorstellvideo unseres Valentinstagsbärchen 2021. Ich wünsche Ihnen viel, viel Freude mit dem Bärchen und hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und würde mich auch sehr freuen, wenn Sie unsere anderen Videos anschauen würden. Ihre Sina Martin Ich wünsche Ihnen viel, viel Freude mit dem Bärchen